Ja, moin Leute, euer Vionix am Start. Wie versprochen gibt es heute am Montag das Heißbaron-Video. Hier im Hintergrund läuft das Gameplay schon. Ich mache einen Kommentar darüber, wir machen hier ein schnelles Ding draus, denn Heißbaron ist am Anfang erstmal abwarten, das heißt wir gehen etwas zügiger jetzt durchs Early Game. Da spielt man klassisch ein bisschen Tempo, denn man muss ein bisschen warten mit seinem Buddy, bis man den wirklich nutzen kann. Ist ein bisschen untypisch, denn klassisch möchte man den Buddy ja relativ früh nutzen. Für euch erstmal Zusammenfassung, wer Heißbaron noch nicht kennt. Heißbaron hat die Hero Power, dass man für am Anfang halt 10 Gold, wenn man den Button drückt, den ganzen Shop auf die Hand bekommt. Lohnt sich natürlich erst später, wenn man mehr Sachen im Shop hat und ist natürlich relativ teuer am Anfang, wird aber jede Runde eins günstiger und wenn man es nutzt, wird es wieder resettet auf 10 Gold und tickt dann wieder langsam runter. Soweit zur Hero Power, das heißt auch diese Hero Power, da möchte man warten, bis man ein bisschen gelevelt hat und gute Sachen im Shop hat. Der Buddy ist ein Fünfer Buddy, bekommt man also sehr spät. Der gibt einem von jedem Gegner die höchste Tavern-Tier-Unit im Shop. Das heißt, ihr habt bei sieben Gegnern einen Shop voll mit sieben Units, die alle relativ hoch sind. Das bedeutet, auch da wollt ihr den nicht zu früh nutzen, denn die Gegner sollen ja erstmal ihre Triple machen und ihr Power Level, damit die dann auch wirklich einen 4, 5, 6 Drop da stehen haben, der sich lohnt zu kaufen. Bedeutet hier, relativ schneller Start mit einer verzögerten Curve. Also wir haben Zug 1 Scaliwake gekauft, Zug 2 das Scaliwake Pair gekauft und dann mit dem Shale Collector konnten wir in Zug 3 perfekt Shale Collector kaufen, die Coin benutzen und leveln und haben jetzt in dem Zug 4 wieder Tempo gespielt, das heißt eine dritte Klasse aufs Board gestellt, um dann den Mag zu benutzen. Mag allgemein eigentlich eine ganz gute Karte. Managery Mag, muss man sich mal überlegen, auf Tavern 2 mit 2, 2 Stats wirkt erstmal nicht so gut, aber er gibt ja an drei verschiedene Klassen plus 1 plus 1 Buff, das heißt es ist eigentlich plus 5 plus 5 Stats auf dem Board. Deswegen hier hatte ich nochmal für den zweiten Mag gefreezed, um einfach die Stats aufs Board zu kriegen und drei Sachen zu buffen. Ist schon mal relativ gutes Tempo. Wir gehen gegen Tess rein und ihr seht anhand der Chance oben auch schon, so schlecht sieht das für uns gar nicht aus. Und Tempo ist halt wie gesagt wichtig, denn wir müssen warten mit Heistbaron. Ähnlich wie Bigglesworth muss man sich ein bisschen Zeit erkaufen, dadurch, dass man Early Game viel Tempo spielt. Jetzt ist Turn 7 klassisch der Zug, in dem man levelt, aber auch da ich verzögert gelevelt habe, erst in Zug 3 anstatt Zug 2, gehe ich hier auch nochmal hin und level noch, habe hier quasi verzögert gelevelt. Auf 3 und hier war die Chance halt einen 4-Drop zu finden mit dem Faceless. Der 4-Drop war jetzt nicht gut, deswegen leider hat das nicht so gut geklappt. Und trotzdem reicht unser Tempo ja aus, gegen den Denatrios schon mal einen Sieg zu holen. So, ich habe so lange gewartet, dass mein Buddy sogar umsonst ist. Ich habe gesagt, das wäre ein 5er Buddy, es ist ein 4er Buddy. Sorry. So. Auch hier nochmal die Chance, was zu verwandeln. Titus, erstmal nicht schlecht, deswegen erstmal fließen. Wenn man sich dann aber die Klassen anguckt, Biest sind nicht drin, Mechs sind nicht drin, Dämonen sind nicht drin und Untote sind nicht drin. Das sind die 4 Klassen, die die meisten Todesröcheln haben. Der Rest braucht es nicht. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so das Beste. Wir gucken uns auch nochmal die Gegner an, ob da jemand irgendwas hätte, wo man mit einem Baron profitieren könnte. Aber ihr seht, das ist nicht das Richtige. Deswegen entfreeze ich den. Und beide Faceless waren jetzt nicht wirklich glücklich. Aber man muss sich halt in die Position bringen, Glück zu haben. War jetzt hier mit beiden Faceless nicht der Fall. Der Baron ist für uns nutzlos. Wir freezen ihn nicht. Und wir halten den Buddy nochmal eine Runde auf der Hand. So, jetzt sehen wir natürlich, Oumu hat gutes Tempo an den Tag gelegt. Da werden wir aber trotzdem keine gute Karte klauen können. Das sind alles nur 1, 2 und 3 Drops. Da ist nichts Gutes auf Tevan 4 und 5 bei ihm auf dem Board leider. Aber, wenn man sich so das Ganze sonst anguckt, waren da schon einige bei, die schon getrippelt hatten. Wir hatten den Natrius gesehen. Und ich hatte da noch einen anderen Triple gesehen. Das ist in dem Fall gerade der Magma-Log, den wir jetzt bekommen haben. Und das ist auch das erste Mal, dass ich die Hero-Power nutze. Die Kombination ist natürlich super. Zu sagen, man wartet, bis die Gegner gute Sachen haben. Hero-Powered. Spielt den Buddy und Hero-Powered. Weil das ist natürlich potenziell der beste Shop, den man Hero-Poweren kann. Jetzt dann noch den Faceless Triple zu finden. Und dann wenigstens glücklich zu sein, den Theotar zu finden. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir nehmen uns aus dem Discover unseres eigenen Triples noch einen Magma-Log. Und von dem Denatrius den Bristleback Knight als Stache-Eber. Und haben damit unsere 3 Units, die wir den Theotar scalen. Theotar allgemein bufft ja nur 3 verschiedene Klassen. Das heißt, mehr machen gar keinen Sinn. Das ist also ein relativ schmaler Menagerie-Bild aus 3 Klassen plus Theotar. Und den Rest kann man einfach neutrale Sachen durchrollen. Funktioniert hier super gut. Das Tempo hat sich direkt gelohnt. Weil wir ja auch sehr viel durchgerollt haben, sind die beiden Magma-Logs auch direkt sehr, sehr schnell sehr groß geworden. So. Und jetzt kann man... Ihr kennt die Fireworks-Elise-Kombo. Die ist natürlich nicht so geil mit Heistbaronen. Aber man kann es zumindest mal machen. Neutrale Sachen, die einem Karten geben, rollt man mit Theotar gerne durch, weil es günstige Buffs sind. Und in dem Fall war es nur der Versuch, ob man das macht. Ihr werdet gleich sehen, der Firework wird wieder gehen. Das ist keine permanente Sache. Aber jetzt, wo wir uns Sachen geklaut haben, die sich lohnen, das zweite Mal die Buddies zu bekommen, lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Was ihr aber auch seht, ist, tendenziell behält man den Buddy nicht. Er hat zwar eine Klasse, man könnte ihn buffen, aber er hat natürlich keine guten Zeiteffekte. Das heißt, man möchte eigentlich ihn nicht trippeln. Denn wenn man ihn golden macht, bekommt man nur einmal noch Shop-Klassenkarten von Gegnern angezeigt. Während man, wenn man ihn nicht trippelt, verkauft und das zweite Mal den Buddy-Button drückt, bekommt man zwei Kopien und kann sich zweimal hintereinander Shops von den Mitspielern anzeigen lassen. So, hier überlege ich nochmal. Und es lohnt sich, glaube ich, hier nochmal schnell reinzugucken. Und ihr seht, da haben Leute auch Theotars gefunden. Und ich wusste ja schon, ein Magna-Lock ist mit drin. Das heißt, erstmal hier ein zweiter Theotar. Erstens ist es eine neutrale Unit, die bufft. Ihr seht, jetzt hat gerade mein Buddy den Buff bekommen, weil er halt auch eine Klasse ist. Ist aber nicht weiter tragisch. Und da sehen wir, einer der zwei Theotar, die wir da gerade gesehen haben, ist von Denatrius. Der auch schon eine Mantid-Queen hat, natürlich sehr, sehr stark. Und zerlegt uns hier auch gewisserweise, weil er auch den Bristleback Knight schon in Golden hat. Not bad, aber wir haben den Theotar-Triple gefreezt, wir haben den Magna-Lock-Triple gefreezt. Jetzt kann es richtig losgehen. So, neutrale Unit, die uns eine Karte gibt für Theotar-Scaling, insane. So, jetzt habe ich mich fürs Leveln entschieden. Hätte ich natürlich vorher machen können, um Six-Drop zu discovern. Habe ich nicht gemacht in dem Moment, aber ist erstmal okay. So, jetzt nehmen wir mit dem den Six-Drop. Die Mantid-Queen passt gut in den... Passt gut rein. Er ist die Mantid gespielt, damit nicht wieder der Buddy den Buff bekommt von dem Goldenen Theotar. Da wir die Magna-Locks kombiniert haben, haben wir jetzt nicht mehr einen Magna-Lock als Elementar, einen als Murlock, um als zwei Klassen zu scalen. Sondern es ist nur noch eins. Das heißt, ich hatte da in Form von dem Alakir-Buddy, der ja quasi wie ein Selfless-Hero funktioniert, indem er einem einer Unit ein Gottesschild gibt. Er gibt auch Spott und Windführer, aber das ist nicht so wichtig. Aber habe dadurch jetzt einfach die dritte Unit genommen, die einen schönen positiven Effekt für mich hat. Und habe dann nochmal meinen Buddy das zweite Mal durchgerollt und das lohnt sich natürlich. Reihenfolge war hier nicht ganz korrekt. Man spielt natürlich erst den zweiten Theotar und dann die Mantid-Queen, um definitiv die Chance zu haben, um mehr Buffs zu geben mit dem anderen Theotar noch. So, die neutralen Sachen rollen wir alle durch. Ich habe auch mit dem Discover einfach nur den Zap genommen, weil es eine neutrale Unit ist. Und auf einem Leeroy enden ist auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben unsere drei Units, die wir scalen. Wir haben vier Theotar inzwischen gefunden, eine Goldene Mantid-Queen. Das ist wirklich extrem stark und damit sollten wir jetzt erstmal keine Probleme mehr bekommen. Aber wir sehen, das ist relativ ausgeglichen, denn auch der Reno hat einen absoluten Highroll gehittet. Und das wird ein knappes Unentschieden. Aber wir sind in der Top 4. Sehr gut erstmal. Jetzt heißt es ein bisschen scalen. So, wir nehmen Sachen mit, die uns Karten geben. Aus dem einfachen Grund, dass der Magma-Lock dadurch ja scalt, wenn wir durchrollen. Und neutrale Karten uns Theotar-Buffs geben. Ah, das war leider nichts. Da. Neutrale Karten zum Durchrollen natürlich besser als Klassenkarten, weil jetzt zum Beispiel der Merlock-Lookout, den ihr gesehen habt, der bringt uns nichts an Scaling. Der würde uns zwar Scaling auf den Magma-Lock bringen, aber nicht durch die Theotars. So, größte Unit kriegt natürlich das Gottesschild hier. Und wir behalten den Glow-Scale, um nächste Runde nochmal ein Gottesschild daraus zu ziehen. Ziemlich große Units, muss man da wohl sagen. Aber Gott sei Dank, kommt es relativ gut aus mit den Hits und wir machen hier ein schönes Unentschieden. So, hier muss man sich jetzt nochmal überlegen, was man macht. Zwei Patient Scouts ist super. Da kann man richtig viel Theotars-Scaling rausholen. Na, auch da den One-Drop, den ihr entdeckt, nehmt gerne den neutralen One-Drop, wie jetzt zum Beispiel den Tevern-Tipper. Und dann da wieder das Gottesschild auf die große Unit und wir gehen rein in den Fight. Die Hyrolls sind teilweise echt krass. Viel Poison da auf dem Board, deswegen lohnte sich da definitiv das Gottesschild von der Glow-Scale noch zu haben. Plus, Gott sei Dank, haben wir da nochmal ein Gottesschild durch unseren Alakir-Buddy und können hier Yashrash nach Hause schicken. Das heißt Top 3 für uns. Wir kommen wieder gegen Reno. Wir haben gesehen, der Reno war echt stark mit einem goldenen Agam, einem goldenen Mermodon. Corrupted Mermodon, der große, ne, der die Stats verdreifacht, wenn er golden ist. Das ist insane. Und wir versuchen hier einfach nur durch neutrale Units ein bisschen Scaling reinzukriegen. Ich spiele mit, das kann man sehr gut machen mit einem Theotar-Bild, halt die kleinen Units, die man durchrollt, die neutralen. Für Buffs lasst die vorne stehen als Bumper. Die können Gottesschilde bumpen, wie in Form jetzt da hinten. Das hat schon mal gut geklappt. Die Reihenfolge, wie wir da hinten, sehr unglücklich, dass wir erst das Divine-Schicht verlieren und dann bumpen. Aber der große Corrupted Mermodon tötet sich in unserer Manted Queen, deswegen sehr, sehr gut. Und damit sind wir im finalen Duell gegen Denatrius und schicken den Reno raus. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen scalen. Wir hatten gesehen, der Denatrius hatte schon einen sehr großen, goldenen, ähm, äh, wie heißt er? Der, 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 mir fällt der Name gerade nicht ein. Mir fällt der Name gerade einfach nicht ein. Ich hab den, ähm, ich hab den einfachen Theotar da verkauft, aus dem Grund, dass ich den, ähm, Monkey als Bumper nutzen möchte. Weil er Spott hat, kann da einen Leeroy, der First Hitted reinhitten, eine Manted Queen mit ihrem Divine-Schicht First reinhitten oder eine große Unit mit seinem Divine-Schicht First reinhitten. Deswegen, ähm, trenne ich mich hier vom Theotar in den finalen Fights und nehme lieber sowas mit, was als Spott-Bumper funktionieren kann. Ihr seht, die Manted Queen vorne, direkt dahinter der Leeroy. Na, da, leider hittet da mein, mein eigener Theotar so ein bisschen mit rein. Nicht ganz tragisch, aber der Leeroy tötet meine Manted, tut natürlich weh. Okay, der, und dann geht meine größte Unit ins Poison und sein goldener Bristleback Knight, äh, holt ihm hier den ersten Fight. Aber wir sind ungefähr ausgeglichen von den Prozenten, das heißt, wir haben hier eine gute Chance. Jetzt müssen wir uns in eine bessere Position bringen. Wie können wir es schaffen, gegen, äh, den Atrus hier zu gewinnen? Und da ist natürlich, wir sehen, wir haben den Theotar, der nichts tradet und wir haben den Bumper, der noch nichts tradet. Das heißt, ich nehme hier den Toxfin mit, um uns in eine bessere Position zu bringen. Ähm, ich nehme nochmal ein Spell mit, damit ich auf dem, äh, Quillbo da hinten wieder Gift drauf bekomme. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich hier noch einen weiteren Gift-Murlock, äh, mitkriege. Viele würden jetzt wahrscheinlich den großen Magmurlock einfach Gift geben. Das bringt mir nichts, der ist eh die größte Unit, glaube ich, gerade in dem Fight. Das heißt, der tradet eh alles bei, äh, den Atrus auf dem Board. Das heißt, es nützt mir nichts, dem Gift zu geben. Hier hätte man Hero-Powern können, hätte mir ja vier andere Karten noch gegeben und damit auch wieder Gold zusätzlich. Aber ich habe mich dafür entschieden, hier einfach nur zu rollen, eine Poison-Unit aufzustellen. Ähm, und den, den, äh, Blood-Gem natürlich auf den, ähm, auf den Stacheleber hinten, damit der auch der Gift hat. Wir verzögern das Gift ein bisschen, damit die kleinen Giftsachen nicht in den Gottsschilden sterben. Und dann nutzen den, äh, Toxfin, der ja nichts bringt, einfach nur als Bumper. Bringt in dem Fall auch gerade leider nichts. Auch er spielt einen kleinen Bumper, aber diesmal habe ich Glück, dass wir danach den anderen, äh, hitten. Und da kommen die Hits. Unser großer Magmurlock überlebt den Hit vom Bristleback, auf den Bristleback Knight. Und wir geben ihm genau 15 und gewinnen das Ding hier. Ich hoffe, die Runde hat alles Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst mir doch gerne ein Abo da, Glocke, Like nicht vergessen. Und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao. Ich bin raus.